... 5-tonnenfreien Klasse im vergangenen Jahr. Mit dem Papa allerdings am Steuer, mit Jan van Alphen. Der erste dieser Klasse, Johnny, der Sohn. So, könntest du stramm ziehen, das muss auch er, klar, aber jetzt. Der Motor, der mehr produziert ist, im Standgang. Eine kleine Besonderheit von diesem Fahrzeug, Sie haben das Getriebe sichtbar gemacht, durch eine Plexiglasscheibe. Das heißt, Sie können aber jetzt erstmal ein bisschen Pieces mit dem Pferdhausen. Auf Platz Nummer 2. Jawohl, grüne Flagge am Ende, am Anfang, ja, da kommt Hans-Kamer. Das ist schon schön. So, wie ist es? Also, wie ist es? Das ist so schön. So, Tobi, Südmein, Jürgen. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für mich, das war's für mich. Oh mein Gott! Mit dem Tombouli. Geht mal, bist du denn die Gute? Kommst du noch mal? Ja, weiß er noch nicht. Ja, weiß er noch nicht. Ja, weiß er noch nicht. Ich habe in der Aufbeheberkeit. Ja, und jetzt kommt mangruppe. Vielen Dank. 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 Ja, vielen Dank, Hermann, für diese lobenden Worte. Aber du hast auch jede Menge Fans. Heinz-Josef Krasskamp gefahren. Und jetzt? 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 Und jetzt?